Taure mit mir ein in eine faszinierende Welt des Lichtes und der spirituellen Verbindung. Erlebe, wie deine Zellen sich mit göttlicher Energie aufladen werden. Spüre die Präsenz von Engel Samuel, der die Verbindung verstärkt und das Licht auf eine virale Reise schicken wird. Sei Zeuge, wie das Licht dein Herz berührt und Heilung in die ganze Welt bringen wird. Dieses Channeling wird dich in Staunen versetzen und dazu inspirieren, dein inneres Licht in dir noch mehr zu stärken. Also sei bereit für eine ganz besondere Heilung. Geliebte Menschen, geliebte Menschen des Lichtes und der Liebe, einströmt die Energie von Erzengel Samuel und ich stehe bereits neben dir. Um dich jetzt mit mir zu verbinden, schließe deine Augen sanft und finde einen gemütlichen Platz, an dem du dich vollkommen entspannen kannst. Spüre die sanfte Unterlage unter dir und erlaube deinem Körper, sich zu entspannen. Atme tief ein und aus und spüre, wie sich dein Atem beruhigt und sich dein Geist allmählich klärt. Spüre, wie ein wundervolles, strahlendes Licht von oben auf dich herabfällt. Dieses Licht habe ich dir geschickt. Und dieses Licht trägt die Energie des göttlichen Lichtes in sich, das alles durchdringt und umgibt. Lass dieses göttliche Licht in dein Herz hineinkommen und deine Zellen berühren. Lass dieses Licht langsam durch deinen Körper fließen und spüre, wie jede Zelle von ihm berührt wird. Visualisiere, wie das göttliche Licht jede einzelne Zelle deines Körpers durchdringt. Es reinigt und klärt jede Zelle und lässt sie in ihrem ursprünglichen göttlichen Zustand jetzt erstrahlen. Jede Zelle wird mit Liebe und Licht erfüllt und beginnt, ihre eigene göttliche Natur zu erkennen. Spüre, wie sich dieses Licht in dir ausbreitet, deine Energie erhöht und sogleich schützend sich um dich legt. Es ist wie eine heilige Umarmung des Lichtes, was jetzt geschieht. Und es ist für deine Seele der Impuls, sich an das Licht zu erinnern und dich auch selbst an das Licht zu erinnern. Ich erscheine vor dir als ein leuchtendes Wesen aus reinem Licht. So spüre jetzt meine liebevolle Präsenz, die dich umgibt und spüre, wie meine Energie mit dem göttlichen Licht verschmilzt. Ich beginne dich nun mit meiner liebevollen Energie zu umhüllen und jeder Atemzug zieht die Liebe und das Licht von mir tief in dich hinein. Du fühlst, wie sich diese Energie in deinem Inneren ausdehnt und dein ganzes Wesen erfüllt. Ich stärke deine Verbindung mit dem göttlichen Licht und spüre dein eigenes Licht, denn wir sind alle miteinander verbunden von Licht zu Licht. Und so erinnere dich daran, dass du selbst aus Licht bestehst und dass dieses Licht dich hierher gebracht hat und dass dieses Licht deine wahre Natur ist. Und so weit wie du es zulässt, fließt dieses Licht in dir in jede Zelle, sie heilt deine Zellen, sie regeneriert deinen Körper, diese lichtvolle Energie. Sie wirkt für dein allerhöchstes Wohl. Und du darfst dich einfach fallen lassen. Du darfst dir erlauben, dir diese Zeit jetzt zu nehmen. Denn du bist es wert, geheilt zu werden. Du bist es wert, geliebt zu werden. Und so spüre die Resonanz in deinem Herzen und lass die Heilung zu. Lass die Heilung dich tragen in den wunderschönen Zustand der Liebe hinein. Und hinauf in die Dimensionen der Liebe, deiner Heimat, deiner Herkunft. So fühle, dass du hier zu Hause bist. Und atme dieses Licht ein, das Licht, was ich dir sende, was dich stark macht und heilt. Denn es ist die Liebe selbst, die aus der göttlichen, allumfassenden Liebe zu dir fließt. Es sind die Strahlen, die goldenen Strahlen der Liebe und der Heilung, die dich jetzt lichtvoll durchleuchten. Die das transformieren, was schwer für dich ist. Und so darfst du nun all dies mir übergeben, was zu schwer zu tragen ist. Gib mir deine Sorgen, deine Zweifel. Lass los von allem, was dich belastet. Ich bin der Engel der Liebe und dafür da und dafür gekommen, dir beizustehen. Und ich tue all dies voller Hingabe, um dich zu stärken. Denn du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht, um das Große und Ganze zu stützen. Und so kann ich dir sagen, die Botschaft der sieben Erzengel. Denn sie sagen zu dir, schreite voran, folge dem Licht und folge den Impulsen deiner Seele. Lass es nicht zu, dass man dir deine Freiheit nimmt. Lass es nicht zu, dass man dir deinen freien Willen nehmen möchte. Sondern sei der, der du in Wirklichkeit bist. Stark, leuchtend, liebevoll und viel größer als du denkst. Denn auch du hast die Macht, die Macht, alles zu verändern. Und die sieben Erzengel, sie stehen an deiner Seite, um dir zu sagen, dass du dies kannst. Und so senden wir dir nun das hellste Licht der Wirklichkeit, um dich da zu berühren, wo es wichtig ist, wo du noch wachsen kannst. Und so genieße jeden einzelnen Strahl des Lichtes der Heilung, der jetzt zu dir fließt. Das erkennt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spüre, wie das Licht in Deinen Zellen pulsiert und jede Faser Deines Seins erhellt. Die göttliche Energie strömt durch Dich hindurch und verbindet Dich mit allem, was ist. Du spürst eine tiefe Verbundenheit mit der Schöpfung und erkennst die Einheit allen Lebens. In dieser Verbindung mit Samuel und dem göttlichen Licht fühlst Du Dich gestärkt und geerdet. Du erkennst, dass Du ein strahlendes Lichtwesen bist, das in der Lage ist, Liebe und Heilung in die Welt zu bringen. Fühle, wie diese Erkenntnis Dich mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. So nimm Dir jetzt einen Moment Zeit, um das Gefühl der Verbindung und des Lichtes in Dir zu zelebrieren. Erlaube Dir, in diesem Zustand des Friedens und der Fülle zu verweilen. Lasse das Licht in Deinen Zellen weiterhin erstrahlen und erlaube meiner Energie, Dich auf Deinem spirituellen Weg zu begleiten. Spüre das Gefühl der Ruhe und des inneren Friedens in Dir, welches das Licht von Samuel in Dir entfacht hat. Und nutze diese Botschaft, um Dich wiederholt in diesen wunderschönen Raum der Liebe und des Lichtes zu begeben. Du bist jederzeit willkommen. Und währenddessen ich mich langsam von Dir verabschiede, werden die göttlichen Töne weiter erklingen und Dich, wenn Du möchtest, noch eine Weile begleiten. Und so sage ich voller Achtsamkeit und Dankbarkeit zum Abschied Smarana zu Dir. Und so sage ich,igung, dass das Nikon und Dich ist unser Volk amуютig sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020